Musik Ja hallo Leute, in diesem Video seht ihr das Review zu dem Angry Birds Space iPhone Case von Gear 4. Das Case habe ich freundlicherweise von iFlobole zugeschickt bekommen zum Testen, da er ja kein iPhone hat. Ich habe das jetzt schon hier lange Zeit bei mir, habe es getestet und jetzt kann ich euch hier mein Review dazu geben. Also so sieht das Ganze hier aus, ist so ein Hochglanz Case aus zwei Teilen, wie ihr seht. Das Ganze ist ein Hard Case und hat hier eben Angry Birds Space Optik. Das Ganze macht ihr hier einfach so auseinander, das ist zwei Teile, da tut ihr dann euer iPhone rein. Das Ganze sitzt da sehr sehr fest drin. Ihr nehmt dann einfach die andere Seite und snappt die da oben drauf. Dann habt ihr euer iPhone da sicher drin und kriegt es dann hier wieder raus. Dazu komme ich aber später nochmal. Also schauen wir uns mal jetzt hier alles an. Mit dem weißen iPhone sieht es hier richtig cool aus, das ist so ein cooler Übergang von dem weiß zu dem weiß. Vorne sieht das Ganze so aus. Anschlüsse hier, ist natürlich hier frei alles. Blitzknöpfe, dort oben ist auch nicht tief drin, so wie der Power Button, der ist auch nicht tief drin, könnt ihr alles noch gut drücken. Dock Bereich ist auch alles schön frei, Kamera auch. Macht keine Probleme mit dem Blitz und wie wir sehen hat das Ganze auch ein sehr großes Lay on the Table Design, würde ich mal sagen. Also keine Angst, wenn es mal so runterfällt, das Ganze schützt. Das ist ein cooles Case, fühlt sich wirklich sehr gut an. Was ich aber negativ an dem Ganzen hier finde, wie ihr seht, ist es eine glossy Rückseite und vielleicht seht ihr es vielleicht nicht. Da sind schon unglaublich viele Kratzer drauf. Die Kratzer sieht man auch wirklich gut, so wie die Fingerabdrücke. Sieht man auch gut und das finde ich eigentlich nicht so okay. Und was mein wirklich größter negativer Punkt ist, ich kriege da mein iPhone nicht mehr raus. Also ich weiß nicht, wie ich das Ganze hier aufmachen soll, ohne das Case zu zerstören, denn das geht einfach nicht. Vielleicht seht ihr das hier, ich habe das hier schon mal überdehnt und dann ist es irgendwie schon ein bisschen kaputt gegangen. Denn das iPhone geht da einfach nicht raus oder das Case kriegt ihr da einfach nicht mehr ab. Ich wette, da gibt es bestimmt irgendwo eine Technik, die ich nicht weiß. Deswegen, ja, ich versuche das jetzt hier auch nicht vor der Kamera zu machen, denn da mache ich das Case wahrscheinlich wirklich kaputt. Auf jeden Fall, wenn ihr nicht vorhabt, euer iPhone oft aus dem Case raus und rein zu machen, ist es perfekt, weil ihr kriegt das iPhone einfach nicht mehr raus. Aber sonst ist es einfach ein super Case, schützt und hat eben hier den Angry Birds Look. Gefällt mir eigentlich wirklich sehr gut hier mit diesem Eis und keine Ahnung, was das mit Angry Birds Space zu tun hat. Ich habe das Spiel noch nicht so gespielt. Auf jeden Fall finde ich es mit einem weißen iPhone einfach top. Preis habe ich euch am Anfang eingeblendet. Link zu dem Case ist natürlich auch in der Beschreibung. Und Link zur Website von Gear 4 natürlich auch. Nochmal Dank an iFlobole. Link zu seinem Channel ist natürlich auch in der Beschreibung. Könnt ihr auch nochmal anschauen. Und dann war es das zu dem Case hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, könnt ihr abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.